Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV, die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Blütenpracht bei Bilderbuchwetter. Ein Ticket für Olympia. Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nichts wie raus. Diese Devise galt gestern in Schillingen für Mensch und Pflanze gleichermaßen. Hunderte Naturfreunde haben am Sonntag bei Bilderbuchwetter das dritte Rheinland-Pfälzische Narzissenfest im Hochwaldort besucht und wurden mit einer prächtigen gelben Blütenpracht belohnt. Allen Grund zur Zufriedenheit hatten am Sonntag die Organisatoren des dritten Rheinland-Pfälzischen Narzissenfests. Der Gemeinschaftsveranstaltung des Vereins Hochwaldferienland, der Ortsgemeinde Schillingen und des Forstamts Saarburg bescherte er einen Besucheransturm. In diesem Jahr stand ja dieses Narzissenfest unter ganz anderen Vorzeichen. Durch den späten Wintereinbruch an Ostern, Eis und Schnee hatten wir ja schon Bedenken, ob wir das Fest überhaupt durchführen konnten. Aber wie es sich jetzt nun zeigt, hat der Winter sich zurückgezogen. Wir haben ja heute schönstes Frühjahrswetter und die Narzisse gilt ja auch als sogenannte Frühjahrsbote und sind insgesamt ja sehr zufrieden jetzt, wie es gelaufen ist. Hunderte Naturfreunde durften sich an der Schillinger Freizeitanlage an einer botanischen Rarität erfreuen, die in leuchtendem Gelb zu blühen begonnen hat. Der wilde Narzisse. Einer schützenswerten Schönheit, die in Deutschland östlich von Hochwald und Hunsrück nicht mehr vorkommt. Einst weit verbreitet, dann aber zeitweilig stark zurückgedrängt, ist es nicht zuletzt dem 6,8 Millionen Euro teuren Huwa-Randstreifenprogramm zu verdanken, dass die Talauen renaturiert und vom dichten Fichtenbewuchs befreit wurden, sodass die wilde Narzisse wieder besser zur Geltung kommen konnte. Daran erinnert Bürgermeister Werner Angsten beim offiziellen Festauftakt am Vormittag. Touristisch bedeutsam ist das Fest, weil es laut Meier eine hervorragende Plattform ist, um die landschaftliche Attraktivität des Hochwalds und unseren herrlichen Naturraum zu präsentieren. Ja, das Hochwaldferienland organisiert das Narzissenfest mit, aus dem Grunde, weil es eigentlich eine einzigartige Naturbegebenheit ist, die wir hier bewerben und dementsprechend auch der Zuspruch von nah und fern gleichermaßen groß ist und das ist für uns natürlich ein wunderbarer Werbefaktor. Zum einen ziehen wir viele Gäste hier an, zum anderen haben wir eine ideale Plattform, um unseren herrlichen Naturraum hier zu präsentieren. Für viele Besucher war der Spaziergang über die Narzissenwiesen ein schönes Erlebnis. Ich mache das, weil die Narzissenwunderschön sind, ein Naturwunder sind und weil es schön ist, auch gemeinsam das zu erleben. Ja, ich bin zum ersten Mal dabei und es gefällt mir wunderbar, diese schönen Narzissen, wo sie jetzt im Moment so wunderbar blühen. Auffallend war der große Anteil an Gästen, die von weit her nach Schillingen gekommen waren. Aber selbst für manchen Einheimischen bag die Exkursion zu den idyllischen Flecken im Ruvertal eine angenehme Überraschung. Das ist also wirklich wunderschön und das schätzt man eigentlich gar nicht, weil das so nah vor der Haustür ist. Zum Programm des Narzissenfests gehören aber nicht nur die geführten Wanderungen. Rund um Freizeitanlage und Spießbratenhalle waren zahlreiche Informationsstände und ein kleiner Frühlingsmarkt aufgebaut. Die Kurzmeldungen des Tages. Trier. Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger aufgepasst. Ab Dienstag, den 1. April, muss jeder Verkehrsteilnehmer in Trier damit rechnen, jederzeit kontrolliert zu werden. Die Polizei geht massiv gegen die sinkende Verkehrsdisziplin vor und will dabei auf den Überraschungseffekt zielen. Einmal wöchentlich, an wechselnden Tagen, wollen Beamte in Zivil, zu Fuß, im Auto und auf dem Fahrrad unterwegs sein, um Verkehrssünder zu ertappen. An den Großkontrollen beteiligen werden sich auch die Kriminal- und die Bereitschaftspolizei. In Bitburg und Wittlich sind keine vergleichbaren Aktionen geplant. Monzelfeld. Mit 406 Ja-Stimmen ist Engelbert Lausberg am Sonntag zum neuen Ortsbürgermeister der Gemeinde Monzelfeld gewählt worden. Damit vereinigte er als einziger Kandidat 86,75 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich. Insgesamt gingen 472 Monzelfelder zur Wahl. Wahlberechtigt waren 1022 Menschen. Die Wahlbeteiligung betrug damit 46,2 Prozent. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Die deutschen Handballerinnen haben am Wochenende in Leipzig das Ticket für Olympia gelöst. Mit dabei waren zwei frühere Trierer Miezen. Riesenjubel bei den deutschen Handballerinnen. Erstmals seit zwölf Jahren haben sie sich wieder für olympische Spiele qualifiziert. Am Wochenende gewann das deutsche Team durch drei Siege gegen Schweden, Kroatien und Kuba das Qualifikationsturnier in Leipzig. Mit dabei waren auch zwei frühere Spielerinnen der DJK MJC Trier. Die Ex-Mieze Maren Baumbach freute sich riesig darüber, im August in Peking zu spielen. Der ist unbeschreiblich. Wir sind alle riesenglücklich. Wir können sogar fassen. Es wird auf jeden Fall erstmal gefeiert. Neben Baumbach war auch die frühere Triererin Anja Althaus am größten Erfolg der deutschen Handballerinnen in den vergangenen Jahren beteiligt. Und die mussten in den beiden Spielen gegen Schweden und Kroatien zittern, bis die Siege feststanden. Aber dann gab es kein Halten mehr. Einen großen Anteil am deutschen Erfolg hatten auch die Fans, die die Mannschaft immer wieder lautstark anfeuerten. Insgesamt kamen an den drei Tagen über 15.000 Zuschauer in die Arena Leipzig. Im vergangenen Jahr hatten Baumbach, Althaus und Co. bereits die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Nun hoffen die Deutschen darauf, ihre Erfolgsgeschichte auch in Peking fortsetzen zu können. Vielleicht, so meint Ex-Mieze Maren Baumbach, ist sogar eine Olympiamedaille möglich. Ich glaube, Olympia, da ist alles drin. Wenn wir jetzt schon mal nach Olympia fahren, dann wollen wir da natürlich auch was reisen. Im Hunsrück soll auch in der nächsten Saison noch Regionalliga-Handball zu sehen sein. Die HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch machte dabei am Samstag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Im Abstiegsduell gegen Niederroden feierten die HSG-Fans den souveränen Sieg ihres Teams. Eine konzentrierte Abwehrleistung, hohe Konzentration, dazu die lautstarke Unterstützung der vielen Fans. Das sind die Zutaten, die der HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch den wichtigen Heimsieg gegen Niederroden ermöglichten. Nach dem Spiel feierten die Fans in der ausverkauften Kleinicher-Hirtenfeldhalle ihr Team. Wirklich gefährdet war der 34 zu 20 Sieg dabei zu keinem Zeitpunkt. Die Mannschaft hat gekämpft, hat sich eingesetzt, war in jeder Phase des Spiels überlegen und hat am Ende dann auch wirklich verdient gewonnen. Die Gastgeber spielten dabei schnell aus der Abwehr. Nach der 15 zu 9 Führung zur Halbzeit bauten Maxim Schalimov, Erik Bramann und Co. den Vorsprung weiter aus. Die Mannschaft setzte exakt das um, was Trainer Igor Domaschenko von ihr sehen wollte. Das brachte zwei wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Bei den Pluspunkten konnten die Hunsrücker mit Niederroden gleichziehen. Nur einen Wermutstropfen gab es. HSG-Spieler Erik Bramann verletzte sich an der Schulter. Basketball. Die Aussichten, auf sportlichem Wege in der Bundesliga zu bleiben, haben sich für die Trierer Basketballer nach dem 64 zu 79 gegen Ulm deutlich reduziert. Realistischer ist für den Verein, über ein sogenanntes Wildcard-Verfahren einen Platz in der BBL zu erhalten. Am Donnerstag steht das nächste Heimspiel gegen Leverkusen an. Der Sport wurde Ihnen präsentiert von Bitbock.